Heyo Leute und herzlich willkommen zu Lucky Rush und heute zwei neue Dinge, nämlich einmal spiel... Jetzt spielen wir hier mit den Flash-Lucky-Blocks und einmal spielen wir diesmal endlich, darf ich ihn euch persönlich vorstellen, der legendäre Server-Typ. Benny. Hallo. Hallo Benny, warum bist du hier? Weil ich kein Zuhause habe. Er hat kein Zuhause, also gut. Also Leute, ihr müsst euch jetzt mal erstmal wirklich fett in den Kommentaren bei Benny bedanken, weil ohne ihn ist dieses ganze Format hier oder generell alles, was mit Servern zu tun hat, überhaupt nicht möglich. Also der gibt sich hier echt viel Mühe und den muss man echt oft anschreien und verprügeln, dass er endlich was schafft. Nein, Spaß. Also der Benny, der macht echt gute Arbeit. Und ich denke, da könnt ihr ihm auf jeden Fall mal ein schönes Kommentar da lassen, da freut er sich bestimmt drüber. Oder? Ähm, kann ich da mal kurz Leg 1 machen, weil ich hab grad 1 FPS. Du hast 1 FPS, warum? Ja, hier sind so ungefähr eine Million Kübel, Millionen zum Geschick. Ach, deswegen. Ja, dann mach doch. Ja, ich kann nix machen gerade. Ist der Server abgestürzt? Wollte ich nicht. Der Server ist down, Benny. Ich hab's dir nicht sogar selbst down gemacht. Weißt du, ohne Witz, dann lob ich dich jetzt einmal und dann verkackst du's so. Entschuldigung, Ben. Ja. Das schneid ich rein. Das kann ich jetzt. So, der Benny hat den Server nochmal neu gestartet. GG, Benny. Hast du gut gemacht. Echt mal? Ja. Ähm, hast du schon, ähm, die ganzen Flash Lucky Blocks geöffnet? Nein. Nein? Gut, dann mach mal hin, mach einfach mal schnell. So, weil, ähm, da ist ein Event dabei, das lässt den Server crashen, ne, Benny? Ja. Ja, du kannst ja mal jetzt ganz kurz erklären, wie du, wie sehr du die Lucky Blocks liebst. Also generell, alle, also zum Beispiel die Emerald Lucky Blocks. Ungefixt. Ungefixt nicht so gern, weil die Spam jede Sekunde ist, wenn man sie mal in die Konsole gameless updaten soll. Ja, die sind schlimm. Die sind böse. So, hast du, was hast du schon für Zeug? Äh, ich... Wow! Ich hab Gas gemacht. Ein Gas hast du gemacht. Ich hab schon, ich hab schon echt gutes Zeug. Also, Benny, du spielst es das erste Mal, richtig? Ja. Das heißt, ich werde dich jetzt einfach mal platt machen und zeig dir mal so richtig, wie das geht. Oh, es kommt schon wieder TNT. Zweimal hintereinander TNT. Was? Hä? Du wurdest von YouTube gebannt. Was hast du gemacht? Ja, tut mir leid. Deswegen mach ich auch kein YouTube. Ich wurde davon gebannt. So, okay, was haben wir hier? Einen Villager. Okay, da brauche ich aber erst Diamanten dafür. Oh, nein, nein, Villager. Ich rette dich noch. Kann ich gerade auf der Fleck 2 machen, weil hier sind 1000 Sommerflächen. Ja, mach. Nein, der Villager ist tot. Der nächste Villager. Wenn der stirbt auch. Oh, ein Bett. Oh, ne Pickaxe. Oh, ein unsichtbarer Lucky Block. Hä? Ne, es war ein Bett. Komisch. Hä, warum hat das Bett keine Textur? Sültsam. Oh, egal. So. Oh. Hast du schon Blöcke zum rüberbauen? Äh, ne. Noch gar keiner. Das ist sehr gut. Also für mich. Da geht nichts ab. So. Wow! Okay, da sind sehr viele Bobs, ne? Äh, schubst euch mal gegenseitig runter hier. Macht's mal wie auf der Love Parade bitte. Schubst euch da runter. Oh Gott. Oder ich hau jetzt einfach mal fix ab hier. Schon ein bisschen zumindest. Ah, warte mal. Zack. So. Genau. Ich baue mich jetzt schon mal vor Richtung Mitte. Ups. Bei mir explodiert nur alles. Echt? Sag mal. Kann das nicht mal verpieseln? Haha, geschieht dir recht, Bob. Bob. Tschüss, Bob. Mach's gut, Bob. Oh, 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 oh. Nice. Warte mal. Achtung. Jo. Das ist Eis-Ammo. Damit kann ich Eis schießen. Warte mal. Nein, fuck. Das reicht nicht ganz. Ey, was machst du da, Benni? Oh shit. Warte mal. Nice. Ich kann mich sofort bewegen, Leute. Das ist mega cool. Ich kann Eis schießen. Ja. Au. Benni, ich kann, ich guck mal, guck mal rüber zu mir. Ja. Ah, nein, nein. Höse. Cool. Guck mal, Benni. 60 Grad hoch. Ja, ja. So kommt man in die Mitte. Aber nur so. Okay. Nur so. Okay. Ja, das ist der Eisberg, an dem die Titani gestorben ist. Ich bin schon wieder explodiert. Ähm, warte mal, habe ich denn auch noch normale Blöcke? Ich glaube, ich bin... So, warte mal. So, warte mal. Nein. Ja, 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 ja. Ja, so. Die rüstet uns sich erst später an, weil ich will nicht, dass die gleich kaputt gehen. So. Benni? Ja? Ich regel das hier. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. Ich rüstet uns, ich bin ganz zufrieden. So, oh shit. Oh shit. Ich muss ein bisschen mehr so. Ja. Komm zu Papa, liebes Eis. Wuhu. Ich liebe dieses Item. Guck mal. Wie geil. Oh, leck. Und es reicht sogar fast komplett rüber. Nice, Leute. Ich habe die Flash Lucky Blocks und die sind cool. Okay, hier ist nichts passiert. Jetzt haben wir nur noch die ApoRed Lucky Blocks. Und wir haben eine komplette Mitte hier. Das ist mega, mega gut. So. TNT Lucky Blocks. Okay. Wow. Nein, 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 nein. Wow. Alles gut. Alles gut. Benni, es ist alles in Ordnung. Wirklich. Ich mache dir keine Sorgen. Aber hier ist ein Villager, den kann ich... Okay, den kann man einfach nicht anklicken. Alles klar. Okay. Oh, was habe ich hier bekommen? Oh. Oh, nee. Der ist unlucky. Das ist nicht so toll. Aber das da ist toll. Jetzt gucken wir mal, was das da so kann, ne? Oh. Oh. Kann dieser blöde Dinger da mal... Verpiss dich. Ah. Warum... Da ist null Luck drauf. Warum ist das so schlecht? Ich kann mich nicht rüberbauen. Wow. Ähm, Benni? Bei mir eskaliert die Mitte so ein bisschen. Ähm, okay. Ich muss mir jetzt wohl doch anziehen hier. Ich habe keinen Flash-Helm bekommen, aber dafür das... Ah, Benni! Du hast mich mit dem Audi R8 gekillt. Ist das dein Ernst? Warum tust du sowas? Wie kannst du mir sowas antun? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich dir was sagen soll oder nicht. Oh, hast du das? Ich habe gerade Eis-Ammo geschmissen und ich sterbe ich. Ja, Eis-Ammo ist das Teil, was ich gemacht habe. Ah, okay. Gut, dass du gestorben bist. So, äh, ich ziehe das mal bitte schnell aus. Einfach, dass ich den Speed-Effekt nicht mehr habe. Mach mal das weg. Okay. Den habe ich auch permanent von den Flash-Boofs. Ja, ich habe ihn jetzt einfach mal weggemacht, weil das nervt beim Rüberlaufen. So, geh du mal hier bitte weg. Tschüss. Das Problem ist, ich kann mich nicht rüber... Oh, so. Besser als fast. Brütschen. Ähm... So. Oh nein! Ich muss mich da irgendwie hochstecken. Ich habe hier nur ein Bett. Warte mal, bringt es vielleicht was, wenn ich... Oh. Oh! Nein! TNT sprengt meine Brücke! Nein! Nice. Verdammt. Ich brauche Blöcke. Okay. ApoRed, du bist dran! Von dem habe ich meine einzigen Blöcke. Okay. ApoRed, ich brauche jetzt nicht deine Schuhe. Ich brauche Blöcke. Hier sind Diamant-Blo... Äh, ist Marag... Oh, das ist gut. Ich habe Blöcke hier. Äh, machen wir das da mal weg. Ich würde nicht in die Mitte gehen. Warum nicht? Da sind ein paar Zombies. Nur ein paar? Mit DIA-Rüstung. Okay. Ist halt so wild. Warum bekommt man jetzt von den ApoRed keine Blöcke? Das ist schrecklich gerade. Und DIA-Blo... Mit dem kann ich leider nichts anfangen. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Uh. Benni, du bringst mich gerade echt zum Schwitzen hier. so es wird jetzt auch schwierig für mich dann rüber zu kommen ok es passt eigentlich so es können wir so hinkriegen ich muss mich umbringen nein benny stirbt nicht so alles gut alles gut das ist voll schwierig gerade hier rüber zu kommen ich habe ruhig noch ein bisschen wenn ihr drüben bleiben und auch in der mitte habe sagt guck mal an der ist halt an laki sich minus 100 aber was will ich anderes tun so gut gehen wir jetzt mal gucken nein warum man ich wollte nur was testen ich darf diesen bogen hier nicht verwenden merkt euch das einfach mal was ist das hier flashball ja alles klar aber es ist alles schön und gut aber wenn du bist wenn du bist gestorben was sagst du dazu macht mich traurig und nein das war unser weg wegen was ich gestorben bin wie unser weg ist er komplett im eimer du hast eine eiskanone sagt nicht ja dann bau mal einen weg bitte ich hab es darf bekommen zum rüber bauen okay mache man das einmal weg inventar ein bisschen sortieren und ich ziehe meine rüstung erst später an muss ich also bin ich echt ein bisschen doof so ja ich weiß da liegt es noch viel rum aber wenn du hast da eine verbindung gebaut und bin dadurch gestorben das muss ich sagen finde ich eigentlich sehr geil ich bin runter gelaufen der speed ist echt ja eben deswegen habe ich ja vorhin diese dinge ausgezogen ich nicht einfach so okay wer wissen wo bist du schon wieder ein billiger runtergekommen doch da bist du du lebst ja du dein scheiß augis jawohl wenigstens etwas hier alter bernie 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 ich kann es doch nicht machen ja stimmt die mod hast ja auch du gecoded wann kommt da eigentlich ein update wo bist du wollte ich nicht nein bin runtergefallen scheiße das ist voll schlimm mit hier mit der flaschrüstung wo bist du bernie ich nicht die schuhe sind so stimmig glaube ich wechsle die schuhe ich werde es jetzt weiterhin probieren das ist wie flash auf bergwerk labs als volles risiko und ich steffe mir weißt du jetzt habe ich gerade nach deiner wolle gesucht warum bist du gestorben? weil ich nicht mit dem speed höher komm ich komm grad mega gut damit klar und dann kamst du halt und hast verkackt warum schießt du da eis? nein nein mach doch jetzt einfach nein nein oh mann diese speed sachen alter ist schrecklich sind das nur die schuhe die speed ich hab jetzt die schuhe ausgezogen ok deutlich angenehmer ok gut dann zieh ich sie auch mal fix aus ich hab noch welche das heißt ich zieh die einfach mal aus ich hab auch noch lederschuhe gehabt bernie 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 wo bist du? where are you now? oh nein alter lass es doch bernie ja ja geil jetzt habe ich ein op apfel und sterbe nicht ich mach mal slash kill da mach slash kill ahhhhhhhhhhh dank ich mich für deine fleischgruppe waaaaaaaaaaaaaaahhhhhh waaaaaaaaaaaahhhhhh berniehhhhh hilfme Alter, es könnte sein, oh nein, ja ich sterbe jetzt, oh nein, holy shit, einfach mal ein Widder gespawnt, warum kannst du nicht einfach sterben, das wäre zu einfach, Mann, Benni, du machst das jetzt gerade hier echt ein bisschen krass, Alter, warum ist der Audi R8 so stark, boah, Mann, so, viel Spaß beim Suchen meiner Wolle, was du wolle, mit meiner Wolle, so, das Schlimme ist jetzt, ich muss erst deine Wolle finden und dann muss ich es schaffen, irgendwie, die zu töten, aber das ist sauschwierig, vor allen Dingen habe ich noch 32 OK-Goat-Apps, ich habe noch mehr, oh shit, ich glaube, ich habe deine Wolle, ja, hier, wirklich, wo wart ihr, warte, ich glaube, ich habe sie, ich weiß nicht, ich habe da unten auf alle Fälle so ein Loch gesehen, na, ich such deine gerade, das ist gut, und die findet man halt überhaupt nicht, Benni, die ist sauschwierig versteckt, ah, ne, ich habe sie, ich habe deine Wolle, Benni, ich darf jeden nicht mehr sterben, ähm, ich muss, ich muss sterben, weil ich nicht runter, rüberkomme sonst, also ich lasse mich jetzt fallen, ich habe auch deine, oh fuck, ich war in diesem einen Haus, ja, ich bin jetzt tot, gut, dann hast du gewonnen, oder ein finales Battle, okay, ein finales Battle draußen machen, okay, weil ich bin genau in dem Moment, wo du es gesagt hast, runtergesprungen, okay, 3, 2, 1, go, oh, und da droppt OP-Äpfel, oh, shit, man, welches ist jetzt der gute Bogen, ich treffe dich, treffe dich halt mit dem Bogen überhaupt nicht, weil der Bogen einfach bogig ist, lol, haha, wie er quietscht, ich nie gerade an der Kante, oh Gott, okay, das war gar nicht so schlecht, wow, tschüss, Benni, ja, okay, also Sieger der Herzen, oder Sieger generell, würde ich sagen, ist Benni, weil ich einfach selbst schuld war, aber jetzt hier in dem Final Battle war es ich, bis zum nächsten Mal, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, bis dann, und tschüss! Tschüss!